Nächster Halt Nächster Halt Ubernreuth Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Erlangen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten Anzüge des Nah- und Fernverkehrs Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig Nächster Halt Erlangen Bruck Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Eltersdorf Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Fach Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Fürst- und Verfahrenbach Ausstieg in Fahrtrichtung links Umsteigemöglichkeit Zur U-Bahn Zur U-Bahn Nächster Halt Nächster Halt Nürnberg-Rotenburger Straße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Nürnberg Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten, Anzüge des Nah- und Fernverkehrs sowie zur U-Bahn. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Nächster Halt Nürnberg Dürrenhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Nürnberg Ostring. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Nürnberg Rehhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Nächster Halt Röthenberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Lauf links der P-Nitz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Nürnberg Möbeldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Penfernfeld, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt, Herzbruck, links der Pegner Dieser Zug endet dort, Fahrgäste bitte alle aussteigen Ausstieg in Fahrtrichtung links